Frühstück? Frühstück? Nimm zum Beispiel Astrid. Meine guck mal, die geht auf die 50 zu. Wollen wir in dem Alter nicht mehr arbeiten? Das war toll heute. Danke. Haben Sie jemals so etwas empfunden? Entschuldigung, aber ist das nötig, dass du so sprichst? Wieso? Wir sind ja nicht beim Fernsehen. Hast du gekotzt? Ich dachte, das ist ein Klischee, dass alles Schauspieler Bulimie hat. Bruno! Hallo! Wir gehen nach der Vorstellung noch zu Bruno. Er hat euch eingeladen.